Dolarit, listig, trügerisch, ist ein subvulkanisches Ganggestein, das chemisch und mineralogisch dem vulkanischen Basalt bzw. dem plutonischen Gabro entspricht. International wird Dolarit auch als Diabase bezeichnet. Weil im deutschen Sprachraum der Name Diabase in älterer Literatur oft einen geologisch alten alterierten Basalt bezeichnet, ist die Verwendung dieses Namens problematisch, Erscheinungsbild und Zusammensetzung. Dolarit ist eine dunkelgrau-braune Form des Basalt und Härter als Granit. Es ist feinkörniger als ein Gabro in einem Pluton und grobkörniger als ein Basalt. Meistens haben Dolarit eine offitische, subophytische oder intergranulare Struktur. Hauptsächliche Bestandteile bilden die Minerale Pyroxen, Pladioklas, Olivin und Alkalifeldspat. In weniger stark ausgeprägten Anteilen auch Magnetit und Klinopyroxen vorkommen. Dolarit treten relativ oberflächennah als intrusse Flagergänge, Stöcke und Gänge in zahlreichen Gesteinseinheiten auf. Ihr Vorkommen ist besonders häufig in Gebieten, wo die Erdkruste einer Dehnung unterworfen war. Dolaritgänge treten häufig in Gangschwärmen auf, in denen viele, manchmal hunderte von Gängen ungefähr parallel ausgerichtet sind oder radial von einem vulkanischen Zentrum ausgehen. Verbreitet sind Dolaritgänge im Renoherzinikum Mitteleuropas und Englands. In Deutschland sind sie im Verein mit den zugehörigen Ergussgesteinen weit verbreitet im Devin und Carbon der Schiefergebirge. Punkt. In Großbritannien treten Dolaritgänge auf den Inseln Sky, Rum, Mull und Aran westlich Schottlands auf. Sie sind Teil des im Tertiär entstandenen Hebriden Gangschwarms, der sich von Irland bis nach Nordengland und Schottland erstreckt. Punkt. In den USA bestehen die New Jersey Palisades am Hudson River in der Nähe von New York City aus Dolarit. In Kanada wurden Amphibolite, die möglicherweise aus Dolarit entstanden sind, aus dem sogenannten Novoa-Chito-Grünsteingürtel in der Nähe der Hudson Bay in Nordquay Bay auf ein Alter von etwa 4. 28 Milliarden Jahre datiert die zurzeit ältesten bekannten Gesteine der Erde. Punkt. Teile der magmatischen Großprovinz des kreidezeitlichen Dekan Traps in Indien sind Dolarite. Punkt. Der 200 Kilometer lange Dolaritische Deik des Norsemen-Villona-Gürtels gehört zum Goldschürfgebiet Norsemen und Calgoli, in dem sich die größte australische Goldmine befindet, der Tagebau Phimiston. Punkt. Die größte Verbreitung haben Dolarite in den südlichen Teilen von Afrika, Südamerika und in Antarktika. Die ehemals zusammenhängen und beim Zerbrechen von Gondwana einen heftigen Magmenaufstieg und Vulkanismus erlebten. Die Dolarite der Karubasalte in Südafrika, der FAA-Gruppe am Rossmeer in Antarktika, der vulkanischen Chorneike-Provinz in Patagonien und die Dolarite von Tasmanien sind Teil eines der größten magmatischen Ereignisses in der Erdgeschichte. Die Dolarit-Vorkommen in Tasmanien sind die heute größten bekannten zusammenhängenden Dolarit-Vorkommen. Hier drängen innerhalb geologisch kurzer Zeit auf einer Fläche von etwa 40.000 Quadratkilometer Dolaritische Magmen auf. Dolarit nimmt heute etwa ein Drittel der Oberfläche von Tasmanien ein und bestimmt dort das Landschaftsbild. Aufgrund der Ausdehnung und der geologisch vergleichsweise raschen Entstehung sind diese ehemals zusammenhängenden Dolarit-Vorkommen ein. Herausragendes Beispiel einer magmatischen Großprovinz. Punkt. Verwendung. Die Steinbeile der Bretagne wurden aus Fibrulit, Yadad und Dolarit gefertigt. Aus Dolarit bestehen die Steinblöcke des inneren Kreises der Kultstätte ins Tonhänge. Das Material stammt wahrscheinlich aus dem Priseli-Bergen in Pembrokescher, Wales. Die Ägypter verwendeten Werkzeug aus Dolarit, um Granit für Pyramiden, Obelisken und Sarkophage aus Steinbrüchen zu brechen. Heutzutage findet Dolarit wie Basalt und Diabas Verwendung im Straßenbau. Für Grabsteine oder Steinbildhauerarbeiten und als geschliffener Naturstein in Bodenbelegen und Fassadenplatten. Werdenplatten.